Hunde sind wunderbare Begleiter und lieben es normalerweise, gestreichelt und verwöhnt zu werden. Doch auch sie haben ihre Vorlieben und Abneigung, wenn es um das Streicheln geht. Es gibt bestimmte Dinge, die Hunde überhaupt nicht mögen und die ihre Begeisterung schnell in Frustration oder Angst verwandeln können. Erstens mögen viele Hunde es nicht, wenn sie grob gestreichelt oder gekrault werden. Starkes Reiben oder zu feste Druckausübung kann ihre Haut reizen und unangenehm werden. Es ist wichtig, sanft zu sein und den Druck an die Vorlieben des Hundes anzupassen. Zweitens mögen manche Hunde es nicht, wenn sie an bestimmten Körperstellen berührt werden. Zum Beispiel können die Ohren sehr empfindlich sein und sie können es nicht leiden, wenn sie dort zu intensiv angefasst werden. Ebenso mag es wohl kein Hund, wenn ihm am Schwanz gezogen oder dieser zu stark gebogen wird. Jeder Hund hat seine eigenen individuellen Vorlieben und es ist wichtig, diese zu respektieren. Drittens mögen manche Hunde es nicht, wenn sie im Gesicht gestreichelt werden. Obwohl es für uns Menschen normal ist, einem Hund liebevoll über den Kopf zu streicheln, empfinden manche Hunde dies als bedrohlich oder unangenehm. Das gilt besonders für Hunde, die schlechte Erfahrung gemacht haben oder eine unsichere Persönlichkeit haben. Es ist wichtig, die Körpersprache zu beobachten und ihre Grenzen zu respektieren. Viertens mögen einige Hunde es nicht, wenn sie von Fremden gestreichelt werden. Hunde sind soziale Tiere, aber nicht jeder Hund ist offen für Zuneigung von jedem Fremden. Manche Hunde sind schüchtern oder unsicher und benötigen Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Es ist daher wichtig, die Erlaubnis des Hundehalters einzuholen und den Hund behutsam kennenzulernen, bevor man ihn streichelt. Schließlich mögen Hunde es nicht, wenn das Streicheln zu lange dauert. Manche Hunde sind aktive Tiere und möchten lieber spielen oder herumtollen, anstatt still zu sitzen und gestreichelt zu werden. Achte auf Signale, dass der Hund genug hat, wie zum Beispiel Gähnen, Wegdrehen des Kopfes oder Aufstehen. Respektiere diese Signale und gib dem Hund die Möglichkeit, sich anderweitig zu beschäftigen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Vorlieben und Abneigungen von Hund zu Hund unterschiedlich sein können. Einige Hunde lieben es vielleicht, am Bauch gekrault zu werden, während es für andere unangenehm ist.